Heute habe ich das absolute Vergnügen, euch diesen wunderschönen Roman von Elizabeth Noble vorzustellen, wo die Liebe zu Hause ist. Kommt jetzt aber bitte nicht auf falsche Gedanken und denkt, das ist jetzt so ein richtiger Schmachtfetzen, so richtig schön kitschig. Nein, denn dieser Roman ist wirklich nicht kitschig. Ja, es erzählt die Geschichte von einem New Yorker Apartmenthaus und ja, seine ganzen Bewohner wachsen dem Leser sehr, sehr schnell ans Herz. Die Hauptgeschichte konzentriert sich auf Eve und Ed. Eve lebt mit ihrem Mann in einem Cottage in England. Sie ist total glücklich und verliebt in ihr kleines Häuschen, bis ihr Mann nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich habe eine einmalige Gelegenheit, ich kann Karriere machen in New York und wir bekommen wesentlich mehr Geld, uns wird es richtig gut gehen, lass uns die Sachen packen und nach New York gehen. Tja, für Ed sieht das Ganze natürlich auch toll aus, er fühlt sich pudelwohl, er würde wahrscheinlich am liebsten im Büro wohnen, nur Eve findet sehr, sehr schlecht Anschluss, sie ist nicht ganz so glücklich mit New York. Ja, aber auch sie lebt sich dann ein und lernt die anderen Bewohner des Apartmenthauses kennen. Da gibt es Charlotte, die in der Bücherei arbeitet, die eine richtige Leseratte ist und sonst sehr, sehr schüchtern. Sie befreundet sich mit Emily, die einen absoluten Sporttick hat und Beziehungen doch eher vorsichtig gegenübersteht. Dann gibt es da den jungen Erben, der den ganzen Tag eigentlich nichts macht, außer es sich gut gehen zu lassen. Ja, bis auch bei ihm die Liebe an die Tür klopft. Dann gibt es so den typischen Männeraufreißenden, Wemp, der mit dem Haus wohnt, die alte feine Dame aus England, ja, die versucht oben die Terrasse zu begrünen. Das homosexuelle Paar, das eine Riesenfreude daran hat, alles zu verschönen und die, glaube ich, die glücklichste Beziehung von allen führen. Dann gibt es die perfekte Rachel, die, ja, so ein bisschen an die Stepford Wives erinnert oder auch an Marsha Cross in Desperate Housewives. Aber sie alle haben zwar keine finanziellen Sorgen, es geht ihnen finanziell einigermaßen gut, darüber müssen sie sich keine Gedanken machen. Aber so hat trotzdem jeder sein kleines Päckchen zu tragen. Ach ja, einen habe ich noch vergessen, Kimberly und ihr Mann Kimberly, die völlig verängstigt ist, wenn es um ihr Kind geht und die darüber hinaus ihren Mann total vernachlässigt hat. Ja, das sind eigentlich so die Bewohner. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht allzu viel unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, noch ein Psychiater wohnt dort noch und ein älterer Herr. Ja, es hört sich im ersten Moment unheimlich viel an. Ich tue mich eigentlich sehr schwer, wenn es um so viele Charaktere geht, aber sie werden alle richtig gut eingeführt. Und das ist fast so, als wenn man selber mit in diesem Haus wohnt und zu den ganzen Nachbarn ein gutes Verhältnis hat, sodass man ihre Geschichten kennt. Ja, ich glaube, dieses Buch ist ein, ja, eine Freude für alle, die New York leben und sich für New York interessieren. Und für Frauen, die vielleicht schon so ab Mitte 20 sind, ja, die jetzt nicht unbedingt einen Kitschroman, obwohl ich nichts gegen Kitschroman habe, suchen, sondern ja, vielleicht doch ein bisschen mehr so Geschichten mit ein bisschen mehr Tiefgang suchen. Denn es ist kein Zuckerwatte-Roman. Es sind doch schon ein paar heftige Problemchen dabei. Aber es ist nie so, dass da wirklich ein Schwermut aufkommt oder, ja, dass da wirklich bewusst auf die Tränendrüse gedrückt wird. Es sind schwierige Sachen teilweise anzufassen, aber es ist immer noch, ja, dieses Fünkchen Hoffnung da. Und, ja, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Roman. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich den irgendwann nochmal wieder lesen werde. Er hat mich wirklich von der ersten Seite bis zur letzten absolut überzeugen können und faszinieren können.